Ja, ich sehe schon einen Jumpscare. Komm, du bist du. Oh, willst du mir die Hand geben? Okay, du willst mir nicht die Hand geben. Bin ich. Jura? Au. Ähm, Jura ist sofort wieder da. Ignoriert das Messer, was er in seinen Händen hat. Ähm. Hier, ich unterhalte euch jetzt. Er hat gerade jemanden, der ins Zimmer gekommen ist. Wieso klaut ihr mich? So, was? Dreimal klauen. Zum Abschluss. Ja, jetzt ist nochmal von Tim. Warum hast du dein Messer rausgeholt, Summer? Warum nicht? Population in den letzten Tagen aus unerklärlichen Gründen dramatisch geschrumpft. Ich wünschte, ich könnte Opa wiedersehen. Wer bist du? Halt deine Fresse! Wer bist du? Ich hab dein Ei. Okay. Hör doch auf, mich anzuschießen! Alter, der hat Aim. Der hat Aim-Bot. Aber hallo, ich hab dein Ei, du Huren. Wie soll ich das nicht sagen? Falscher Weg, nein! Oh, ein Schamane. Hab ich wieder Fässer geschlagen? Ja, hab ich. Hör auf. Hör auf. Also das war was... Also das musste ich erzählen. Das musste ich... Hi! Nein, ist er nicht. Jura! Ähm... Dein Haus brennt. Was? Ist das denn gut? Äh... Okay, jetzt ist die Frage. Kann ich? Ich kann nicht. Wie er sein Messer hält. Wie geil! Äh, das ist ja kein Messer, das ist ein Schwert. Wie so ein kleines, glückliches Schulkind läuft er da. Guck mal Mama, was ich gefunden hab. Ein Buttermesser, ja. Damit streiche ich auch immer meine Brötchen. Wie ist der Gang jetzt länger? Wieso ich flüstern? Wieso will ich nicht mehr? Oh, geil. Ich bin kein Gläubiger. Flüstern wird immer unangenehmer. Und da ist irgendwas... Ich lauf auf dich zu... Alter! Oh, nee. Oh, ich hoffe die Demo ist gleich zu Ende. Okay, ich kann weiterfahren. Ich... 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 Äh... Ding Ding Dong. Ding Ding Ding... Ist Ding Ding Dong eine gute Beschreibung für ihn? Ja. Ach stimmt, ich soll hier sneaken. Nein, ich bin nicht hier. Alter, er rennt mir immer noch hinterher. Alter, geh doch weg! Alter! Drück ins Lager. Geh doch weg, du Psychopath! Alter! Wo ist die Kiste? Okay, hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ah ja.